hallo und herzlich willkommen zum sports roos day wieder spielen das spiel soccer menschen 2016 weiter ich lade mal hannover 96 letztes mal letztes mal war es ja wieder bisschen besser geworden dann kam allerdings eine rote karte und dann die ist wieder total kacke ja genau unentschieden sieg unentschieden waren die letzten drei spielteile hat drei spielteile gemacht dann ein tag das ist da die fans hoffen dass einen sieg rausholen kann dazu muss ich erst mal wissen wer der nächste gegner ist und auf welchem platz gespielen spielplan gegen sand pauli mal aufschreiben fc sind pauli pauli die sind auf der tabu pauli 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 oh die sind besser wie wir die spielteile irgendwie spielen wir gar nicht was hä ist doch ein nächster spieltauch habe ich mich da irgendwie verguckt oder was spielplan ah pokal bewerb in deutschland also ein pokalspiel ist das am 19. dezember ja dann ich denke mal das nächste spiel wäre bestimmt gewinnen ach komm einfach weiter hier zack ach wir müssen auf taktik gehen weil da ist ja schulz gesperrt drei gesperrte spiel ich glaube ich bin die aggressivste bundes nicht die aggressivste bundesliga vereint sondern der aggressivste bundesliga vereint den es hier gibt na komm schon 19. dezember ich muss was mit dem geld machen ich habe so zeit nur verluste ich muss ein paar spieler verkaufen und dabei ein bisschen geld sparen so starten wir die partie auf gleich drücken entschloß das ist Ey, meine ich Hannover? Philippe! Oh, Gelbe für 4! Also wir spielen links. Außer wenn sie Philippe frei verlaufen hat und... ...stand und stürmt. Noch ne Geld für Hannover. Ach, kommt schon an der Fall. Das Pauni! Let's go! Zurück zum Spiel und weiter geht's. Was machen die denn da? Hä? Wir haben schon ausgewechselt. Taktik, Taktik. Bei 60 Minuten wechseln wir den ersten aus. Wir haben hier einen mit 34. Äh, 34. 93. 93. Defensives Mittelfeld haben wir da einen als Ersatz. Den wechseln wir eigentlich fast immer aus. Fink, lass mal den jetzt mal drinnen. Wechseln erst den hier aus. Defensives Mittelfeld. Ein Trumpf. Können wir den einwechseln? Ein bisschen besser von den beiden. Ach! Das geht auch nicht mal. Äh... Noch ein. Dann nimm mal... Yamaguchi. Und... Yamaguchi kommt rein. So. Und... weiter geht's. Und jetzt bei der 75. wieder ein wechseln. Philippe oder... ... ... Offensives Mittelfeld. Zentrum. So. Und... weiter geht's. Ich hoffe, ich schaffe den Tor jetzt nicht. Das muss ja auch gewinnig werden. Das ist ne Ecke. Okay. Eh... Kein Ecke Tor. Das gibt's doch nicht. Null, null. Ha! Zurück zum Spiel. Längel... Und... Es wird ja auch mal Zeit, dass wir mal nicht ein Tor schießen. Gleich noch mal hinterher. Ja! Das war jetzt schon mal nicht vorhanden. Nein, jetzt haben wir schon mal gut hingebrannt. Wenn wir ja vorhin vorschießen... aber obwohl jetzt kommen wir noch mal 15 minuten was ist denn das immer? warum hat immer pauli anstoße und nicht mir? also wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte hatte nur pauli anstoß ich glaube auch das allererste mal na egal auf jeden fall wir haben gewonnen 2 zu 0 ok das ist ja auch gegen pauli so das freut mich das freut mich wir haben einen sieg in welcher liga spielt denn pauli hier? spielt pauli durch den zweiten oder? schauen wir gleich mal nach überspringen wir alles gegen den spielenball 96 gegen den wolfsburg das kann ja nichts werden am 23. dezember hey morgen ist heiligabend also hier im spiel Hannover ist auf platz 11 runtergerutscht so ein Mist aber ich denke mal wir werden nicht absteigen oder ich hoffe es zumindest ähm ich wollte nach 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 der anderen liga schauen wie kommt denn da in tabelle ein liga zuschauer vermutlich ist überall erster ne da nicht ne da nicht die liga form, da ist wolfsburg besser wolfsburg habe ich heute auch schon mal gehört oder was ist nicht unser nächster gegner Mannschaften 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 Wofür Statistik Suchen hm keine ahnung wo ich sein komme nach pauli dem geld wolfsburg dem geld wolfsburg können wir ja ein bisschen was abgeben dafür lasse ich die auch gewinnen hmhm so mhm taktik automatik und weiter gehts gegen wolfsburg der transferfenster in deutschland öffnet am 31. dezember 2015 ok das wäre haben wir alles gut hm ok dann schauen wir mal hm sehr gut sehr gut sehr gut Angebot annehmen ich brauche Geld und wieder einmal weniger ja und und wieder einmal weniger ja und wieder einmal ja und dann irgendwo rannehmen alles erstmal hier verschaffen tjo ähm spielplan ist jetzt der nächste gegen gegen wolfsburg am 16. januar am 12. januar ist doch bei mir was fertig oder nicht kann ich irgendwas mit stadion fertig an 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 Der Sportjournalist ist im Vorfeld ihrer nächsten Begegnung auf sie zugekommen. Vor der wichtigsten Partie gegen den Erzrivalen halten sie hartnäckig die Gerüchte. Sie hätten vor auf den Erzrivalen zu verzichten. Ist das da? Ich weiß nicht. Wer ist denn das? Hm. Da war ich. Ich weiß nicht. Ich habe nicht das. Hat sie nicht verkauft? Almeida? Almeida, Almeida, Almeida. Ne, haben wir nicht verkauft. Taktik. Das ist gar nicht mehr bei mir ein Kader. So. Dann geht es jetzt in der Runde 2. Automatik. Starte mal die Partie. Und? Starte mal die Partie. Starte mal die Partie. Starte mal die Partie. Starte mal die Partie. Oh! Oh! High-hides 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 Ich High-hides 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 Ich breche hier gerade den Tränen aus Die Welt geht unter In der hoch High-hides Magical Non- harmful Schur hang Wir wechseln Ich muss wechseln Ja, 92. Lassen Sie das mit der Zeit? Oh, du sagst mal, das nächste gleiche. Oh, du sagst nicht gleich. Oh, du bist in der Zentrum Bench. 4-1. Das erste Tor für Hannover. Dann ging es nur noch abwärts. Wie deprimierend. So, ich kann jetzt noch mal kurz über den Transfermarkt schauen. Wolfsburg muss gegen Bremen spielen. Okay. Nee, überhaupt nicht. Nicht ein bisschen. Jetzt würde ich noch mal kurz schauen nach Übersicht. Wir haben 3,67 Einkommen ist 12,62 und Ausgaben sind 14,8. Warum habe ich so viele Ausgaben? Nee, ich habe Upgrade nicht. Nein, Trainingsplatz. Okay, jetzt müssen wir 18. noch. 5. Mai. 5. Mai. 5. Mai. Ja, mit der. Ja, ja. Mannschaft. Ja, gut. Hm, hm. Taktik. Oh, schön. Jetzt sind wir zwei Stammspieler frei. Und ich habe jetzt hier ein paar so viele Leute. Nein, wieder. Und was sind denn die schlechtesten? Der hier. Also, bis auf den zweiten Torwart. Oder dritten Torwart. Ein paar mal ja immer. Den setzen wir auf. Auf Ausgaben setzen. Okay. Mannschaft. Ne, wo habe ich das gemacht? Na. Mannschaft. Der. Auslandspielplan. Taktik. Genau. Da war das. Wenn sie jetzt auf Ausland gesetzt. So, 70 und 70 haben wir jetzt zum Ausland gegeben. Oder zum Ausland angeboten. Dann den. Auf Ausland beziehen. Auf Ausland beziehen. Taktik. Ähm. Irgendwo halten wir. Dann mit dem hier auch nochmal auf. Und der Ausland zerstreiche machen. Taktik. 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 Ach, das reicht erstmal. Taktik. Ja, ich würde mal sagen, ich möchte einen Stopp. und würde sagen Bomben X-Bomb sind wir wieder dabei wir haben ja jetzt schon das Pokal Spiel gespielt was wir leider nicht gewonnen haben haben wir ja hier gegen Wolfsburg eine 4 1 Klatsche gekriegt verdrängt 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 und Bayern München hat den gewonnen den Pokal ist hier gut in Signal Iduna Park was wir in Dortmund Bayern hat gegen die Akkusen in Dortmund gespielt hmm aber auch schönes neues sooo ich hoffe euch haben die Runden gefallen die 2 Spiele also das eine ja das andere nicht und ich würde mich freuen wenn ihr euch bis zum Beispiel 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 bis zum Beispiel